Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsklub. Viel Spaß! Jetzt haben wir den Ton. So. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend, liebe Leute, zu einer neuen Folge zu Micha und Stefan Folter. Micha02 war 19. Port Folter has 1902 mit Micha und Stefan, dem Podcast zum MSV Duisburg, der dritten Liga und vielem, vielem weitere. Ihr merkt schon, ich bin ein wenig angeschlagen, habe dem Michael das gerade auch schon gesagt, habe das auch wiederum gerade dem Sven schon mitgeteilt. Es war ein hartes Wochenende. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wie viel Fußball hast du dieses Wochenende gesehen? Ja, da wird es sehr, sehr eng bei mir. Ich kann mit allem dienen, nur mit relativ wenig viel Fußball. Aber das macht ja, glaube ich, nichts. Denn es gibt genügend Themen, über die wir sprechen können. Und wenn wir über Themen sprechen wollen, der Michael hält es schon in die Kamera rein für alle unsere Podcast-Zuhörer am morgigen Montag. Er hat den Fanschal, beziehungsweise den Freundschaftsschal zwischen Frankfurt und Duisburgern. Ich begrüße ihn wie immer und sage schönen guten Abend, lieber Michael. Schönen guten Abend, Stefan. Schönen guten Abend, liebe Community. Es ist schön, hier zu sein. Und erstmal nochmal ein dickes Sorry, dass wir ein bisschen zu spät sind. Es war heute tatsächlich vorher klar, dass wir später sein werden. Nichtsdestotrotz, sorry dafür, aber ich habe auch im Chat gelesen, Rockstars kommen immer zu spät. Also vielen Dank für die Blumen. Ja, kennt man ja, ne? Die geilen Konzerte. Und dann denkst du, steht doch auf der Karte, 20 Uhr drauf geht's los. Und dann kommt noch da der Anheizer. Dann kommt nochmal, Licht geht an, Licht geht aus. Die, die, ja, geht nochmal auf Toilette. Die Zuschauer kommen nicht alle rein in die Halle. Es ist ein nass Stopp und ach. Und bei uns ist es ähnlich so. Nur ein bisschen besser, denn wir haben noch eine geilere Fanbase. Absolut. Ich war in den 90ern, war ich mal auf einem Jamiroquai-Konzert und der war zwei Stunden zu spät. Boah. Ja. Da war ich dann schon so voll, dass ich gar nicht mehr weiß, wie lange der dann gespielt hat, um ehrlich zu sein. Ja, wie geht's dir? Wie war dein Wochenende bislang? Hart. Hart. Ja, ich war gestern auf einer Hochzeit. Definieren Sie, genau, definieren Sie bitte hart. Bei uns ist es ja immer so, das müssen die Leute wissen, also wenn ich uns meine, dann meine ich meine Freundin und mich. Wenn wir samstags feiern gehen, dann haben wir immer den Sonntag noch im Hinterkopf, an dem wir arbeiten. Deswegen ist es immer ein bisschen ätzend. Und wir sind heute dann direkt aus Herne. In Herne waren wir auf einer Hochzeit. Sind dann über Nacht geblieben und sind dann direkt vom Hotel zur Arbeit gefahren. Und jetzt bin ich ja um 20.30 Uhr von der Arbeit gekommen. Ich kann euch also auch noch nicht versprechen, wann die neue 3 in 5 Episode rauskommt. Vielleicht kommt sie erst morgen am Mittag. Das wäre ja wieder der Auftakt gewesen zu unseren drei Punkten an den lieben Michael. Aber müssen wir jetzt auch nicht jedes Mal nennen. Ich bin dir dankbar. Aber komm, müssen wir nicht jedes Mal, ja. Na gut, trotzdem fangen wir mal an. Und zwar, du hast es jetzt aus aktuellem Anlass mit rein. Deswegen streiche ich jetzt hier einen Punkt und nehme ihn einfach mal mit rein. Mario Götze und Eintracht Frankfurt, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, haben sich heute endlich mal belohnt. Zeigen eine aufsteigende spielerische Form und haben sich heute dann endlich mal belohnt. Die Bayern und die Champions League Auslosung. Karma is a bitch. Muss man dazu sagen, weil vielleicht der eine oder andere es nicht mitbekommen hat. Das wollen wir natürlich unseren Fans hier nicht unterstellen. Aber der FC Bayern, der hat den FC Barcelona dazugelost bekommen. Und der BVB Man City. Der BVB Man City. Also für jeden, der jetzt immer noch nicht auf der richtigen Fährte ist. Barcelona jetzt mit Lewandowski. Manchester City demnach mit dem Dreifach-Torschützen vom Wochenende. Erling Haaland für Manchester City aktiv. Ja, dann haben wir zwei und dann haben wir dementsprechend noch einen. Hast du, und das haben wir ja vielleicht noch... Etwas Zeit für mich. Singe ich. Kein Lied bitte für mich. Hast du gerade wahrscheinlich wie immer natürlich im Westen geschaut hier jeden Sonntag 2015 mit Sven und mit mir. Stefan, wer nicht. Genau, wer nicht. Also deswegen alle liebe Leute auch nochmal bitte heute im Nachgang hier anschauen, wenn wir nachher fertig sind. Und ihr könnt auch dort die Sendung liken und, und, und. Und hast du diese Situation von Jérôme Profeta gesehen von Rot-Weiß Oberhausen in Rödinghausen? Redest du davon, dass er den Ball schön geklärt hat? Ja. Das habe ich tatsächlich gesehen. Ja, kann man mal so machen, ne? Also kann doch kein Abwehrspieler besser machen, oder? Von der Linie kratzen. Würde ich auch sagen, ja. Wahnsinn. Also Michael, du merkst schon, kuriose Geschichten, die wir hier jede Woche begleiten. Letzte Woche Vincent Müller, der sich mal eben hier ein Herz nimmt und einfach draufzimmert, wollte ich sagen. Nein, der wollte ihn ja einfach nur nach vorne schlagen. Äh, in dem Fall jetzt Profeta. Und lustige Anekdote natürlich an der Stelle. Rot-Weiß Oberhausen, dann auch schon unser nächster Niederrhein-Pokal-Gegner. Ja, ist noch ein bisschen weit weg, äh, aber ist auch tatsächlich schon in zweieinhalb Wochen. Also so weit weg ist es auch nicht, ne? Der Andreas fragt gerade, Stefan, wo ist dein Trikot? Ist gebügelt für morgen, Andreas. Gute Antwort, oder? Sehr gute Antwort. Und, äh, liebe Leute, wo wir gerade hier bei Andreas und Konsorten sind, vielen, vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Zum ersten Mal für über 150, äh, Zuschauer. Wir werden heute draften, Leute. Wenn ihr letzte Woche dabei wart, äh, werdet ihr es wissen. Wir draften heute jeder einen Teilnehmer für das, äh, Quiz der Zebraherde im Biergarten in Homberg. Und, äh, falls ihr noch nicht das Video von letzter Woche kommentiert habt, könnt ihr euch auch gerne hier im Live-Chat, äh, noch bewerben, wenn ihr Bock habt. Ähm, warum wollt ihr unbedingt dabei sein in Team Stefan, in Team Micha? Eine Person braucht jeder noch. 17.9., da müsst ihr natürlich Zeit haben, ne? Wir draften euch hier nicht und ihr sagt hinterher, ihr habt keine Zeit. Ich versuche mal im Hintergrund jetzt gleich auch noch das eine oder andere Grad, äh, gleich jetzt hier zu basteln und umzusetzen, damit wir es vielleicht auch grafisch nochmal ein bisschen hübsch haben. Micha, wir müssen aber aus aktuellem Anlass, denn wenn wir schon über den Draft sprechen, wir sprechen ja dann auch mehr oder weniger sogar direkt über das nächste Kneipenquiz, äh, der Zebraherde. Und wenn wir das ansprechen, dann wollen wir einfach mal ein Thema mit reinnehmen, welches wir einfach gesagt haben, ey, weißt du was, bewerben wir hier seit Wochen, hat noch nicht so richtig den Effekt. Also anders wie unsere steigenden Zuschauerzahlen und wie die gesamte Community jede Woche hier wächst und wächst und wächst, wie auch letzte Woche schon wieder, äh, fast 5000 Zuschauer hier diese Sendung gebracht hat, äh, zumindest bei YouTube, ähm, sind wir natürlich hundertprozentig zufrieden mit der, mit der Trikot Charity Aktion und jetzt muss man natürlich dazu sagen, nein, das machen wir ja zwar jede Woche, aber die Kohle ist jetzt nicht für uns. Da wollen wir nicht, äh, jetzt nächste Woche in, in den Mallorca Urlaub fliegen oder irgendwo anders hin, sondern wir wollen es einem gemeinnützigen Träger in Duisburg zugute kommen lassen und dann auch noch auf, ja, vielleicht irgendwie was mit Kinder, das hatten wir auch schon gesagt, also da gibt es, glaube ich, etliche Geschichten, die man dort unterstützen kann in Bezug auf, äh, dass es mit Sicherheit dort, äh, Kinder gibt, die noch vielleicht noch nie Fußball gespielt haben, vielleicht haben sie aber auch, ne, das wäre vielleicht auch nochmal eine Nummer, Michael, wir machen das Stadion voll, fällt mir jetzt gerade ein. Wir nehmen die Kohle und dann lassen wir es Kindern zukommen, die vielleicht mal ein Stadionbesuch, äh, dadurch ermöglichen. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Was hältst du davon? Also ein bisschen Zewa-Fonds-mäßig. Ja. Also, Hauptsache, wir tun Kindern was Gutes. Hauptsache, wir tun was Gutes, genau, du sprichst an. Also Leute, ne, wir, äh, verlängern diese Aktion also deswegen und sagen, äh, das geht noch ein bisschen, äh, länger. Und zwar genau bis zum Abend des Kneipenquiz, denn das passt, glaube ich, ganz gut. Und jeder, der letztes Jahr schon dabei war, der wird mich ja kennen und der wird auch wissen, der Stefan, der rennt da mit der Spardose rum und das mache ich auch. Und demnach werde ich auch die Trikots dann dabei haben, um sie euch dann auch mal zu zeigen, um dann auch wirklich klare Kante, äh, zu zeigen, Michael. Und möglicherweise kriegen wir ja vielleicht auch mal für uns im Rahmen der Pause vielleicht die Bühne und dann machen wir es einfach live vor Ort. Dann losen wir mal live vor Ort. Die Auslosung, die Verlosung der Trikots, dann nehmen wir sie mit. Ja, das wäre doch mal was, oder? Falls jemand, äh, der geboten hat, dann zufällig da sein sollte, könnte er es tatsächlich dann auch sofort bekommen. Keine Angst, nicht nur die, ähm, die dann an dem Tag nochmal ein paar Euros reinschmeißen. Also ihr werdet es ja kennen von, von, von der letzten Ausgabe dort in Homberg. Bin ich rumgerannt und hab damals noch für diese Hochwasseraktion dort damals Spenden gesammelt. Diese wiederum an die liebe Petra, schöne Grüße, dort weitergegeben, um der Familie X jetzt damals die Spenden zukommen zu lassen. Das habe ich gemacht. Demnach können wir das Gleiche auch gerne nochmal dieses Jahr wiederholen, dann rennen wir da rum. Aber wie gesagt, Leute, keine Angst, diejenigen, die jetzt schon im Vorfeld dabei waren, die haben natürlich genau die gleiche Chance, denn dort werden wir dann einfach die Kugeln oder die Schnipsel vorbereiten, äh, von denjenigen, die bis jetzt gespendet haben. Und die werden wir dann in einen großen Topf reinwerfen und dann losen wir das Ganze dann am 17.9. ist es, losen wir dann live aus. Ja, gute Idee. Geile Nummer, oder? Genau, also ihr seht es nochmal, der Klassiker PayPal mit, äh, wie Fußball, ne, das haben wir jetzt gelernt. Wir gründen da unser eigenes Ding. Ist uns egal, was PayPal schreibt, äh, wir machen das so. Äh, MSV Knoll, wenn es um ein Knollitrikot geht. Und dementsprechend, äh, MSV Bitter, wenn ihr doch mindestens 5 Euro auf ein Bitter-Trikot setzen wollt. Also nochmal kurz zur Erklärung, ein letztes Mal im August zumindest. Äh, wenn ihr, ähm, das Trikot vom Joshua Bitter beispielsweise haben wollt, könnt ihr in der Videobeschreibung einfach mal reingehen, Streamlabs rein, auf den Link klicken, dort einen Betrag X, mindestens aber 5 Euro setzen und dann mit dem Betreff MSV Bitter oder MSV Knoll versehen. Und Leute, keine Angst, ich weiß, der eine oder andere hat es verkehrt gemacht. Ihr schreibt uns dann bei Instagram oder auch privat an. Äh, ich kann das bislang noch gut auseinanderhalten. Von daher, jeder Euro ist gut angelegt und, äh, wird dementsprechend dieser Aktion zugutekommen gelassen. Micha. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle an die beiden Protagonisten und gute Besserung weiterhin an die Wade von Knolli. Ganz genau. Fangen wir heute mal mit einem etwas anderen Thema an, denn, ja, die meisten der jüngeren Generationen sind ja eher so versehen, dass sie sagen, ja, ich bin Fußballfan und ich bin Fußballfan vom MSV Duisburg, aber, und jetzt kommt's, ich bin auch gleichzeitig Fan, äh, von Spielern, haben wir auch gelernt, Michael, du erinnerst dich, äh, und solche Geschichten, äh, denn ich will auf ein Thema hinaus, und zwar, der MSV hat nochmal zugeschlagen, jetzt kann man uns wieder nicht sehen, macht aber nichts, wir kommen gleich, und zwar auf dem Transfermarkt mit einem Doppelschlag. Einmal für vorne und einmal, ja, leicht als Reaktion auf Al-Abakir zu sehen. Ist das jetzt schon die Frage an mich? Das ist eine Frage, in dem ich gerade hier auch, äh, diesen pinken Dingens da wegnommen muss. Achso, okay, alles gut. Ähm, ja, also mich übrigens auf jeden Fall Reaktion auf Bakir, ähm, spricht für mich auch ein kleines bisschen, äh, für die Zukunft, weil du nicht weißt, was passiert, äh, mit, mit so ein paar arrivierten Kräften in der Zentrale in der, in der nächsten Saison, ne, wenn du die Möglichkeit hattest, den, den Jungen jetzt zu holen, und, äh, du nicht weißt, was ist mit, was ist mit Push, der ist vermutlich Ende der Saison weg, ähm, was, was macht Bacallorz und so weiter, ähm, dementsprechend gehe ich davon aus, dass es nicht nur etwas für jetzt ist, sondern auch etwas, äh, ja, für die, für die Zukunft, für die nächste Saison, und, äh, ja, über Giert haben wir ja schon ewig gesprochen, ne, also, äh, Giert scheint in den Augen von Ziege derjenige zu sein, der zur richtigen, äh, Zeit am richtigen Ort steht, und, äh, der uns hier in Sachen Knipsen weiterhelfen kann. Ich, ja, soll, der aus seiner Sicht uns weiterhelfen kann, also aus, aus der Sicht von Thorsten Ziegner uns weiterhelfen kann, ähm, ich kann das nicht beurteilen, ich hab nur, ähm, ich hab ihn bisher einmal gesehen, ich war beim Training zufällig an dem Tag, als er verpflichtet wurde, und da kann natürlich noch keine Verbindung da sein, ne, die ganzen Abläufe, Ziege hat's auch gesagt, zwei Wochen wird er brauchen, um die ganzen Abläufe zu kennen, ich kann dir aber mal eine Sache sagen, ähm, und ich hab's danach auch getwittert, äh, wer, also, wer jemals ein Training gesehen hat beim MSV, der wird niemals an Shinedu Ekene zweifeln. Das nur mal so nebenbei, der Junge hat alles vernichtet bei dem Training. Hat jeden Ball reingewemst? Tatsächlich, gewemst ist gar nicht so ein falsches Wort, also wirklich Druck hinterm Ball, ja, ähm, wirklich, äh, platzierte und sehr, sehr harte Abschlüsse, teilweise mit einer Grätsche unter die Latte genagelt, das Teil, also, hat einen Sahnetag gehabt am Mittwoch beim Training, ähm, und ich glaube, der Junge ist on fire. Jetzt stell ich dir direkt mal eine Anschlussfrage, ähm, wenn der doch jetzt gerade so on fire ist, und wir jetzt auch festgestellt haben, äh, Jung, Pohadus, der bewegt sich, der kann sich wieder bewegen, sind diese, oder ist zumindest der eine Transfer dann aus deiner Sicht notwendig? Ja, ich glaube, jeder Transfer ist notwendig, denn ich hab letzte Woche schon gesagt, dass wir in der Breite ein Problem kriegen, wenn, äh, wenn wir 38 Spiele haben und, äh, die Hälfte der Mannschaft nur 30 schafft. Ähm, deswegen bin ich der festen Überzeugung, und sag mir mal ein Jahr, in dem Aziz Pohadus 38 Spiele gemacht hat, ja, Punkt 1, Punkt 2, Ikene hatte letztes Jahr eine schwere Verletzung, kannst du auch nicht davon ausgehen, dass er vielleicht komplett durchgeht, er war auch dieses Jahr schon wieder verletzt mit der Schulter, ähm, und so zieht sich das ja durch, ne, äh, äh, Stoppelkamp und ein Bacalords, äh, sind jetzt auch keine Leute, die sind ja nicht ohne Grund geschont worden, äh, im ersten Pokalspiel, genauso wie Mai, ne, also du wirst schon ein bisschen schieben müssen im Laufe einer langen Saison, ähm, kannst du hoffen, dass du ein paar Leute über die, über die, äh, lange Winterpause, das sind über zwei Monate, glaube ich, äh, wieder, wieder zurückbekommst, ne, ne, vielleicht, äh, ist Bac hier wieder da, vielleicht, äh, ist auch, äh, Quattwo wieder da, vielleicht ist sogar Rolf wieder da, man weiß es nicht, aber ich glaube, die Breite ist wichtig, damit du keinen Leistungsabfall hast, wenn jemand ausfällt, und, äh, wir haben ja auch schon oft über, über Leute gesprochen, wie, wie Ikene, ja, der ist ja jetzt auch kein klassischer Zentral, äh, Abräumer da vorne, sondern der ist auch eigentlich ein Außenstürmer mal gewesen, so, und wenn dann, Beispiel, Stoppelfeld aus, ja, toi, 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 dass es nicht passiert, aber kann ja, kann passieren, so, dann hast du, hast du eben, äh, mit, mit Ikene jemanden, der auf Außen ausweichen kann, und zack, brauchst du jemanden wie Geert, ne, ähm, deswegen halte ich die, äh, Personal hier, unabhängig davon, was ich von ihm halte, das kann ich noch nicht beurteilen, halte ich es für richtig, dass wir auf der Position noch was geholt haben, und zusätzlich auch für die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, wenn, je nach Gegner unterschiedlich Fußball spielen wollen, eben auch unausrechenbarer werden, wenn wir verschiedene Stürmertypen haben, siehe BVB, die jetzt, äh, mit hohen Flanken agieren können, was sie mit Moukoko nicht machen konnten. Ja, ähm, schwierig zu beurteilen, wie du es gerade schon sagst, ne, also inwiefern, äh, Florian Giert uns dort jetzt, äh, Florian sag ich schon, äh, Benjamin Giert uns weiterhelfen kann, mag ich nicht zu beurteilen, dafür hat er in den letzten Jahren ja auch nicht so in dieser Häufigkeit gespielt, also du sprachst gerade Boadus an mit, wann hat der denn 38 Spieltage mal durchgezockt, das Gleiche gilt natürlich auch für Benjamin Giert, jetzt muss man natürlich dazu sagen, ja, der hat auch, äh, zumindest in der 2. Liga zum Teil unter Vertrag gestanden, ist vielleicht dann nochmal ein anderes Kaliber, ähm, trotzdem, ich mag es an dieser Stelle jetzt im ersten Moment nicht beurteilen, ich hätte mir da noch eher was anderes gewünscht, sag ich jetzt an dieser Stelle auch schon mal, was kann ich nicht sagen, ich hätte mir einfach was anderes gewünscht, hatte ich ja auch letzte Woche schon gesagt, äh, dass mich das jetzt noch nicht so richtig abholt, wenn der gute Benjamin aber, äh, uns hier dort eines Besseres, Besseren, äh, lehrt, äh, ist das für mich überhaupt kein Thema, jeder hat jetzt hier die Chance verdient, bei meinem Show läuft es gerade rund, deswegen, äh, bin ich auch positiv, dass man dort gerade in ein etwas besseres Gebilde reinkommt, ja, also dass es einem auch leichter fällt als Neuzugang, denn ich erinnere mich an, äh, Zeiten von einem Dreivierteljahr oder von einem Jahr, dass du auch das Gefühl gehabt, oh, da verpflichtest du jetzt jemanden und der hat auch sofort nach zwei Tagen das, äh, Fußballspielen verlernt, demnach glaube ich, dass mit einer Grund, äh, Stimmung es auch immer einfacher ist, für diese Leute reinzukommen und gleiches gilt natürlich dann für so einen jungen Burschen wie den Jonas, Jonas Michelbrink, äh, jetzt zu aller Verwunderung, hat noch keiner bis dato so wahrscheinlich auf dem Zell gehabt, ist er jetzt aber aufgrund, äh, des Wechsels zu uns, mal eben auch der wertvollste Spieler im Kader des MSV mit 500.000 Euro, Wahnsinn, hätte man jetzt vielleicht gar nicht, äh, gedacht, ich hatte bei meiner Recherche noch gesehen, er hat schon zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga, glaube ich, äh, hinter sich, ja, dann bei der Hertha und, äh, du kannst mich gerne korrigieren, aber das mache ich auch ohne, ne, Kölle kommt von Hoffenheim, demnach ist der Kollege Michelbrink aus der Hertha-Jugend. Mhm, äh, ja, also, ich finde auch gut, dass, äh, Michelbrink zwei Jahre bekommt und, äh, giert nur ein Jahr, finde ich hervorragend, ähm, wir hätten dieses Jahr gerne ein paar mehr Transfers gemacht, wenn wir keine laufenden Verträge gehabt hätten und wenn der Junge einschlägt, kriegt er halt noch einen, ne? Definitiv, definitiv und ich bin mal gespannt, ob es morgen vielleicht bei einem der beiden, vielleicht sogar bei beiden ja auch schon für, ähm, ein paar Minuten reicht, wollen wir gleich, äh, darüber sprechen, über das Spiel natürlich gegen Oldenburg, morgen Abend in der MSV Arena. Micha, du kannst aber... Mit Buchtmann. Mit Buchtmann, ja. Mit Buchtmann bei Oldenburg. Ja, hätte keiner gedacht. Der wurde bei Aue, bei Essen, bei überall gehandelt, bei Dresden, glaube ich, sogar auch. Ich hatte, kannst du dich daran erinnern? Ja. Ich habe den ja bei uns reingeworfen, habe ich einfach. Ich habe sogar mal einen ehemaligen Mitspieler von ihm, äh, auf ihn angesprochen. Und was hat er eher zu ihm gesagt? Das erzähle ich dem mal ein andermal. Okay, doch so schlecht. Nein, 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 guter, guter Typ. Wirklich guter Typ, ähm, war die Aussage. Ähm, aber über, über so, so sportliche Sachen habe ich natürlich, jetzt sage ich dir natürlich, äh, können wir jetzt nicht sprechen. Ne, aber, ähm, ich war auch überrascht, ne. Scheint, scheint, dass er, äh, irgendwie, also ich hätte nicht gedacht, dass Oldenburg für ihn die beste Option ist. Tatsächlich nicht. Mhm. Wundert mich ein bisschen. Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch, bevor wir jetzt gleich darauf zu sprechen kommen, noch mal ein bisschen ausführlicher, morgen Abend, also große Spiel und der MSV. Und so heißt ja auch die aktuelle Ausgabe, Sprung auf Platz 3 gegen Oldenburg, machbar oder nicht? Und das werde ich jetzt gleich zur Abstimmung des Tages hier freigeben. Heute ja mal bekanntlich kein Erzkampf Zebra des Tages, weil wir morgen halt spielen. Du kannst aber noch mal kurz, wirklich kurz zusammenfassen, weil der MSV unter der Woche natürlich gegen Menrad gespielt hat und dort, ich glaube, mehr als souverän in die nächste Runde des Niederrhein-Pokals eingezogen ist und gleichzeitig mal vielleicht mit ein, zwei Sätzen noch mal auch auf den kommenden Gegner eingehen. Auf Oldenburg? Nee, Oberhausen. Auf Oberhausen, du bist jetzt komplett in Niederrhein-Pokal. Ich spring jetzt einfach hier zwischen die Hosen hin und her und... Ja, alles gut. Zu Oldenburg lässt sich noch sagen, im Chat wurde es schon richtig gesagt, dass Buchtmann natürlich noch nicht im Kader ist morgen. Ja, Spiel gegen den unterklassigen Gegner sehr souverän. Also muss ich sagen, ich habe zwischendurch mal kurz reingeguckt von der Arbeit aus und man muss auch sagen, ich habe hinterher noch drei Kreuze gemacht, als ich die Info bekommen habe, es hat sich wirklich niemand verletzt. Wenn du auf so einem Kunstrasenplatz, da musst du ja nur einmal falsch hängenbleiben. Du kennst die Plätze, Stefan. Je neuer sie sind, desto besser geht es, aber wenn die Plätze älter sind, dann kannst du auch mal ganz gern woanders hinlaufen als dein Knöchel. Dementsprechend bin ich sehr, sehr froh, dass wir das a. sportlich sehr souverän gemacht haben, b. die richtigen Leute geschont haben, c. sich keiner verletzt hat. Also unterschreibe ich alles, was da gemacht wurde, inklusive der Einwechslung von Baran Mogultai. Der hat mir nämlich im Training am Mittwoch vorher auch gut gefallen. Jetzt kann man sich als Fan des MSV Duisburg schon fragen, gibt es eigentlich derzeit irgendwas, was nicht so rund läuft. Dazu werden wir jetzt aber gleich mal schauen, worüber wir da noch mit reinnehmen. Du kannst ja mal ganz kurz, ich brauche noch ungefähr so eine Minute, kannst ja schon mal den Fokus darauf legen. Und zwar, was erwartet uns im Morgen? Wo bist du zu Gange und wie viele Zuschauer, wie viele Tickets werden es am Ende denn wirklich sein? Ja, ich gehe davon aus, dass wir knapp die 10.000 vielleicht kratzen, weil es halt ein Montagabendspiel ist. Ich werde da sein, du bist auch da, ich weiß schon, wo du bist. Ich werde dich besuchen. Ich werde morgen mit der Bahn fahren aus Wesel mit jemandem, der mich eingeladen hat morgen in den gepolsterten Bereich und kann aber hier schon mal für alle sagen, ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, aber die Pottbolzer MSV-Twitter-Bubble hat sich um 18 Uhr hinter der Nordkurve verabredet. Und das kann man schon mal sagen. Da nochmal hier liebe Grüße an den Moritz Stoppeking und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber sind natürlich alle herzlich eingeladen, die hier im Chat sind, auch mal auf den Pilz dazuzukommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es selber schaffe. Oldenburg an sich, gefährlicher Gegner, weil sie besser Fußball spielen, als die Ergebnisse das vermuten ließen bisher. Deswegen Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und was Thorsten Ziegner aber auch immer wieder sagt und wo ich mir sicher bin, dass die Mannschaft das auch umsetzen wird, du darfst kein bisschen nachlassen gegen so einen Gegner, denn dann kippt in dieser Liga ein Spiel sofort in die andere Richtung. Du musst dieses Spiel so angehen, dass du, naja, wirklich, was soll ich sagen, nicht als Favorit in dieses Spiel gehen, gedanklich, sondern die Mannschaft herausfordern und drei Punkte holen. Das ganz, ganz, ganz wichtig ernst nehmen und Vollgas geben. Und dann glaube ich, um die Frage, die du hier im Chat gestellt hast, Sprung auf Platz drei, mit einem Sieg wäre das der Fall, dann glaube ich, haben wir das, aber das ist total uninteressant. Ziegner hat gesagt, nach zehn Spielen, ich würde es echt, ich würde es komplett noch weiter nach hinten schieben. Ja, ich würde die Hinserie abwarten, gucke dir Kaiserslautern letztes Jahr an und dann weißt du, wo die Reise hingeht. Während ich gerade im Chat lese, es fährt kein Zug von Wesel. Okay, das könnt ihr mir gerne mal erklären, schreibt mich mal an. Ja. Ja, vielen Dank dafür. 19.02. Jetzt schieben wir außerdem hin und her. Und jetzt schieben wir nämlich mal dann die aktuelle Oldenburg-Folie ein. Bekanntlich muss ich dann jetzt wieder die Kamera nochmal neu justieren. Macht aber gar nichts, können ja schon mal in dem Fall anfangen. Und zwar, da haben wir den Micha jetzt mal wieder. So, wie bei der letzten Preview, habe ich mal vier Punkte mit aufgenommen, die einfach jetzt willkürlich so ein bisschen rausgenommen sind. Aber die natürlich auch einiges aussagen wollen und sollen. Denn bekanntlich ein Ex-Zebra mit Oliver Steuerer dorthin gewechselt. Liebe Grüße an den Oliver. Sollte bei uns jetzt am Ende nicht unbedingt reichen. Aber ja, bei Oldenburg dann letztendlich gesetzt. Und ich habe ja bei meiner Rundreise, Michael, du wirst es ja wissen, auch Oldenburg leider wieder als Absteiger gesehen. Diese Konstellation. Absteigerpotenzial. Ja, wir super drauf, kann uns nichts passieren. Und dann noch ein Ex-Zebra. Wie gefährlich ist das? Ich habe es ja gerade gesagt, ne? Oldenburg an sich sehr gefährlich. Ex-Zebra weiß ich nicht. Ich schätze Oliver Steuerer jetzt nicht als hochemotionalen Typen ein. So, der ist für mich auch ... Naja, aber die treffen ja immer hin und wieder mal gerne gegen uns. Ja, aber da mache ich mir jetzt mal gar keine Gedanken. Und ich glaube, dass Ekehne da schon wirklich Mittel gegen Steuerer hat. Und auch Assis Buadus. Also da mache ich mir gar keine Gedanken über Oliver Steuerer. Ja, größere Probleme sehe ich tatsächlich aufgrund der Situation, die ich gerade schon angesprochen habe. Es ist eben, es besteht in diesem Spiel die Gefahr, nicht genau so stark ranzugehen, wie in den vermeintlich schwereren Spielen. Ja, in Meppen zum Beispiel. Die haben vorher 6-2 gegen Mannheim gewonnen. So, dann hast du kein Problem, da voll motiviert reinzugehen und vorsichtig zu sein. Gegen Oldenburg, die haben jetzt Gott sei Dank in Anführungsstrichen, haben die jetzt das letzte Spiel gewonnen. Ja, dann holst du sie dir schon so ein bisschen in die Ernsthaftigkeit. Aber da sehe ich die Gefahr, Stefan. Ist doch eine gute Erklärung. Dann haben wir natürlich auch das Thema, es ist für die Kollegen aus Oldenburg mit Sicherheit auch immer so ein Highlight, dann in so einem Stadion wie beim MSV zu spielen. Machen wir uns nichts vor. Ja. Viele, viele Jahre von der Fußball-Landkarte verschwunden. Jetzt hatte ich diesen Punkt auch beim letzten Mal schon. Ja, so ist es ja halt nun mal auch. Ähnliches Szenario wie beim SC Freiburg 2. Denn ja, es ist mit Sicherheit eins der Highlights neben vielleicht Essen und Dresden dort in der dritten Liga zu spielen. Beim MSV. Demnach Flutlichtspiel, Montagabendspiel. Also aus Oldenburger Sicht mit Sicherheit ganz gut. Gibt es eine Info, wie viele Fans begleiten werden? Wenn es eine Info gibt, dann hatte ich sie nicht. Aber ich war auch das Wochenende relativ offline. Okay. Gut, jetzt währenddessen habe ich den Chat mal mit reingenommen. Könnt ihr ja mal reinschreiben, wenn ihr das habt. Und dann können wir ja mal bekanntlich auch, wie wir es sonst immer machen, mal hier zusammen auch den Kader durchgehen. Währenddessen wir jetzt gerade auf die 200 Leute wieder live zusteuern. Zumindest mit einem offiziellen Account. Hey, Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Holt doch nochmal die nächsten 10 Leute hier auch noch mit rein. Also Oma, Katze, Hund, Tante, Frau, Maus irgendwie einfach mal anschreiben. Ey, bitte einfach mal kurz in den Chat. Dann wären wir wieder bei 200. Hätten wir wieder diesen Schritt erreicht. Andreas Rösser schreibt. 1000 bis 2000. Oh. Das würde mich wundern. Dich auch? Ja, um ehrlich zu sein, schon. 1000 bis 2000? Also, ich weiß nicht, wo Andreas Rösser die Info her hat. Der hat mit allen gesprochen. Mit jedem Einzelnen. Also, ich glaube auch, es wird im dreistelligen Bereich auf jeden Fall bleiben. Also, das würde mich schwer wundern, André. Aber kannst du ja mal gerne kurz reinschauen. Haltermann hatte während der PK auch keine Angaben gehabt, sagt der Alex, Alex Elskamp. Stimmt, die habe ich sogar gesehen. Der übrigens, Michael. Ja? Ich löse schon mal auf. Das ist mein erster Partner fürs Kneipen-Quiz. Soll ich meinen auch schon mal auflösen? Komm, mach. Ich habe noch keine hundertprozentige zeitliche Zusage, aber eine Bock-Zusage habe ich. Nico Klotz. Uh, jetzt fährst du ja schon die schweren Geschütze auf, ne? Naja, ich weiß nicht, ob schwere Geschütze. Ich weiß nicht, ob ein ehemaliger Duisburger Spieler mehr weiß als ein langjähriger Fan. Hast du ihn mal nach seinem neuen, wahrscheinlich neuen Mitspieler befragt? Ich habe, äh, nein. Wahnsinn, Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Aber dazu später mehr. Ja, äh, ich gucke jetzt gerade mal auf den Kader vom VfB Oldenburg. Was fällt mir denn da so als erstes auf? Äh, klar, Christopher Buchtmann, haben wir drüber gesprochen. Wäre mit Sicherheit, äh, heiß gewesen, diese Nummer. Für morgen Abend auch der, äh, gute Christoph war, hätte mit Sicherheit alle Aktien reingeschmissen, dann dort aufzulaufen. Ansonsten, äh, Steuerer hatten wir dieses Thema. Sebastian Militz, wer kennt ihn nicht? Aus seiner Zeit vom SV Werder Bremen oder aber zum Schluss vom FC Helsinger vor der Saison dorthin gewechselt. Wahnsinn, also das wird, äh, wahrscheinlich der Torwart sein, der morgen spielen wird. Dann haben wir mit der Nummer, wo habe ich den dann, äh, Adetula mit der Nummer 11. Ist das nicht der, der auch mal bei Rotterdam gespielt hat? Ich weiß nicht. Dann haben wir auf jeden Fall Patrick Möschel, den kennt man auch aus Dresden unter anderem. Und, ja, alle anderen sagen mir relativ wenig, was jetzt aber nichts heißen soll, denn, ähm, ja, Starke, den kennt man noch aus Zwickau, ja. Dom Starke? Nee, Manfred, Manfred, ja. Und auf der anderen Seite haben wir als Trainer, ähm, Dario Fossi, Deutsch-Italiener. Sagt er dir was? Dario Fossi. Nee, ich bin tatsächlich, was die Eugenburger Mannschaft geht, relativ unbefleckt. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Ja, also ich, äh, kann dir, äh, also was die, was die Einzelnen, klar habe ich ein bisschen was mir angeguckt, ähm, und bin mir sicher, dass sie, dass sie wirklich, äh, keinen schlechten Ball spielen können. Ob sie es dann morgen tun, hängt dann von uns ab. Ganz, ganz, ganz genau. Und jetzt schmeißen wir einfach nochmal einen Punkt währenddessen rein, und zwar diesen hier. Ähm, indem wir einfach mal sagen, können wir bei Ralf Heskamp mal einen Haken unter die Transferaktivitäten machen? Naja, für diese, äh, Phase, würde ich jetzt schon sagen, ist vorbei, ja. Also, da können wir sagen, der Ralf, äh, können wir ihm, äh, können wir ja nächste Woche mal machen. Zeugnis? Genau, wenn es wirklich offiziell durch ist, denn bekanntlich der große Deadline-Day am, ich glaube, Montag, äh, Mittwoch, sorry, Mittwoch, oder Donnerstag, weiß ich jetzt gar nicht, am 1. auf jeden Fall. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ne, 31. sorry, 31.8., was rede ich hier? Am 31.8., Deadline-Day, und dann machen wir nächste Woche mal ein Zeugnis. Ja, ist die Frage, ob das Zeugnis nächste Woche sinnvoll ist, oder erst, äh, in der, äh, Winterpause, weil wir dann die Spieler besser beurteilen können, die er geholt hat? Naja, gut, ähm, Michel Brink und, äh, Michel Brink und, und Giert können wir vermutlich nächste Woche noch nicht so wirklich beurteilen. Ne, das ist richtig, ähm, aber, ähm, weil du es gerade auch ansprachst mit dem, ähm, mit dem Staat und auch mit Ziege und er möchte es erst nach 10 oder erst in der, in der, in der Winterpause bewerten, ich gehe sogar nur einen Schritt weiter, ähm, denn ich sage, zumindest der Staat, wenn wir morgen dort irgendwie positiv aus der Nummer herausgehen, den kann ich ja dann schon bewerten, ne? Ne, ich möchte jetzt nicht so weit gehen und sagen, ich bewerte jetzt, dass der MSV das Zeug hat, um oben eine Spitzenmannschaft zu sein, also da, so, so weit nicht. Ne, ich dachte, es geht darum, dass das Zeugnis für den Sportdirektor eher davon abhängt, wie haben die Spieler an sich eingeschlagen, die er geholt hat. Ne, das ist richtig, und das andere Thema, was du aber vor fünf Minuten hattest, äh, da würde ich sogar, äh, noch mal leicht gegen den Ziege sprechen, nicht in Form von, dass er keine Ahnung hat, um Gottes Willen, äh, ja, ne, den hier, äh, nein, aber man muss ja trotzdem einfach dann sagen, äh, wenn wir morgen den sechsten Spieltag beenden und, äh, dann nächste Woche unbeschwert nach München fahren können, zum vermeintlichen Topspiel, also wer hätte das vor ein paar Wochen gedacht? Du erinnerst dich an die Niederlagen gegen Leverkusen in der Vorbereitung oder gegen, ich weiß gar nicht wen alles, äh, das hätte keiner so gedacht und von daher kann man schon sagen, dass nach sechs Spieltagen zumindest der Start dann geglückt wäre. Da kannst du morgen natürlich ein i-Tüpfelchen draufsetzen, ja? Ich habe nach dem Leverkusen-Spiel und nach dem, äh, äh, Schauinsland Cup der Tradition hier in der Sendung zu dir gesagt, es ist, dieses Startprogramm ist eine riesengroße Chance. Wenn du aus den ersten beiden Spielen mit einer, mit einem guten Selbstbewusstsein rausgehst, kannst du danach alle Spiele bis zum sechsten Spieltag gewinnen. Told you. So, ähm. Und ich habe es nicht gesagt. Und du hast, du hast, du warst ein bisschen vorsichtiger. Ja, ich war kritisch und vorsichtiger. Kritischer und, ähm, wenn sie, toi, 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 dreimal Holz, äh, wenn wir morgen tatsächlich dieses schwierige Spiel gegen Oldenburg gewinnen sollten, scheiß auf den Tabellenplatz, aber dann hast du wirklich vier Siege in Folge, ja, fünf Spiele nicht verloren mit einem Pokalspiel, sechs Spiele nicht verloren, ähm, dann ist das ein Saisonstart, auf den man aufbauen kann und dann ist es genau das, was ich gehofft hatte. Und dann läuft vor allen Dingen mal die Maschine, ne, die Maschinerie. Das ist jetzt schon so. Das ist jetzt schon so. Genau, die, die läuft und morgen auch wieder die, äh, die, die Fangruppierung in der Nordkurve unten im Stehbereich und die Stimmung wird gut sein, die wird morgen sogar sehr, sehr gut sein, bei bestem Wetter. Und dann auch, wenn in Anführungsstrichen nur vielleicht 10.000 bis 11.000 kommen, ich weiß jetzt schon, die Stimmung wird gut sein und die Mannschaft wird morgen auch ein ordentliches Spiel machen, weil die Bock hat, die hat Bock, morgen ein geiles Spiel zu, zu machen und dann auch mal zumindest für einen Spieltag auf Platz drei zu springen, dieses Gefühl einfach zu haben und dann auch wirklich das mal auf die Ränge zu transportieren. Weil, Micha, du wirst es wissen, die letzten zwei Jahre war es ja eigentlich immer nur andersrum, ja, also die Fans standen da und haben gehoopt, die konnten in den Stadion, die haben trotzdem, äh, applaudiert, die haben trotzdem den vollen Support reingehauen, damit man nicht absteigt. Und jetzt hat man ja das Gefühl, du erinnerst dich an die letzten Heimspiele, die Mannschaft, die haut sich sofort von der ersten Minute in die Bälle rein, der Bitter grätscht auf einmal, äh, es werden tolle Tore erzielt durch Kombinationen, das heißt, diesmal haben wir auch den Effekt auch von der anderen Seite herum mal, ne, also nicht nur, dass immer nur die Zuschauer hier mit, mit Mann und Maus bei Regen stehen, sondern auch dort, dass die Fans, äh, dass die Mannschaft es schafft, uns mal abzuholen, von daher, ähm, denke ich, passt das soweit. Ja, ich würde abholen, ich würde es, ich würde sogar noch, ähm, steigern und würde sagen, dass die Mannschaft, äh, uns angezündet hat, ne, mit der Art, wie sie Fußball spielt, mit der Art, wie Ziege, ähm, mit, mit der, mit der Presse umgeht, mit, mit allen Gegebenheiten umgeht, da hat, hat der Verein, äh, die Fans neu angezündet, Fans, gutes Stichwort, ich weiß nicht, ob du noch drauf eingehen wolltest, morgen die Ultras wieder auf der Steh, ne, äh, äh, wieder Unterrang, äh, auf der Köpi, äh, vielleicht kann mal jemand im Chat, äh, sagen, ist, 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 ist der Block, Block 8 dann eigentlich verweist, denn die Karten sind ja weg, oder bin ich, äh, hab ich irgendwas verpasst? Dann ist doch der Block 8 komplett verweist. Ja, das habe ich nämlich auch sofort gedacht, als ich das mitbekommen habe, also grundsätzlich, glaube ich, äh, sind wir uns einer Meinung, dass es wahrscheinlich, äh, positiv ist und dass es gut ist. Ich finde, ich finde es gut, ich finde es gut, wenn sie alle auf den Stehplätzen sind, dass die Stimmung besser hat. Ich habe ja auch diesen besagten Post, äh, der Gruppierung, äh, bei Facebook, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, und, äh, viele Leute natürlich auch gesagt haben, hey, hättet ihr euch vorher überlegen sollen und, äh, dieses Hin und Her und davon werden auch die, die sich da jetzt mehr oder weniger breit gemacht haben in den letzten Wochen und Monaten, die werden dann wieder so ein bisschen dann benachteiligt dadurch, dass viel, viel Platz von denen eingenommen wird. Aber, ey, egal, wie man es immer dreht, ne, also ich, ich habe jetzt in den letzten Wochen und Monaten für mich so persönlich gelernt, man muss auch immer mal ein bisschen runterkommen, ne, ich glaube, wir, gerade auch durch Social Media, durch diese dynamische Zeit heutzutage, immer überall draufkloppen, alles in Frage stellen, jeden an die Wand zu nageln, da sollten wir auch grundsätzlich hier mal ein bisschen ruhiger werden, ähm, klar kann ich den Unmut des einen oder anderen verstehen, ja, also auch wenn das wirklich so sein sollte, wie du gesagt hast, sind die Plätze dann leer? Ja, ist das natürlich mit Sicherheit unglücklich, halten wir aber mal fest, auf der anderen Seite, ich glaube, man will bewusst jetzt auch keinem irgendwie schaden, ja, oder man will jetzt nicht bewusst irgendwie, da irgendwie, äh, ja, irgendwie was in den Dreck ziehen. Nein, also vielleicht kann man einfach festhalten, unglücklich gelaufen, äh, die Geschichte, ähm, niemand will irgendwem was, was, was schlecht ist, niemand wollte da irgendwas, also der, der Gedanke war ja ein positiver, ne, so, es hat halt nicht funktioniert, äh, jetzt sind sie wieder auf den Stillplätzen, Vielleicht nehmen sie auch alle eine doppelte Karte, also die Plätze. Ja, und ich bin, ich bin der Letzte, der hier, bin der Letzte, der hier irgendwie, äh, Fanpositionierungen kommentieren sollte, ich kümmere mich ums Sportliche und fertig. Das hast du aber sehr, 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 sehr schön gesagt. Ja, Micha, jetzt, äh, hätten wir das auch abgehandelt, jetzt, ähm, haben wir gerade gesagt, ähm, Oldenburg morgen, du hast gesagt, wo du sitzen wirst, ich bin morgen mit einem Kumpel nur, ich hatte ursprünglich, äh, ähm, ja, eine Fahrt zu dritt anberaubt, einer hat mir gerade kurzfristig abgesagt, Schande über dein Haus. Weißt du, du hast ein Ticket über für den Blog? Ich hab rein von der Theorie her, vielleicht sogar von der Praxis her ein Ticket über, ich muss mal mit ihnen in Kontakt treten, wie wir das Ganze machen, das wäre eigentlich die beste Plattform hier heute gewesen, ne, fällt mir gerade ein. Da hätte man sagen können, komm, schmeiß ich einfach mal rein, ähm, hm, naja, schauen wir mal, vielleicht, äh, poste ich morgen nochmal was bei Instagram, also, äh, deswegen alleine darum, äh, lohnt es sich schon zu abonnieren. Dann natürlich auch nochmal hier der Appell an alle Leute im Chat, ihr könnt gerne nochmal jetzt auch gerne ein Like da lassen, also bei weit über 200 Leuten, 77 Likes, ich glaub, da geht mehr. Währenddessen begrüßen wir ja auch nochmal ein paar Leute, das haben wir, äh, letzte Woche natürlich noch auch ein bisschen ausführlicher gemacht, aber die Fangemeinschaft GG, es ist zwar blöd, die Leute, die da eigentlich immer eine Dauerkarte hatten und sich da immer hingesetzt haben, aber ich finde, die Ultras, so, äh, gehören in den Stehbereich, sonst bekommst du keine Stimmung, ja, und ich hab auch gehört, dass es natürlich, oder es wurde ja auch beschrieben, dass man, ähm, aufgrund der Akustik und der nicht vorhandenen, ähm, ja, Soundmöglichkeiten dort gar kein Gespür dafür hatte, wo wird mal andere, wo wird mal ein anderer Fangesang angestimmt, man hat's auf der anderen Seite auch gar nicht hören können, also, es kam gar nicht wohl bis zum Auswärtsblock an. Also, machen wir da einen Haken drunter, morgen auf jeden Fall gegen den VfB Oldenburg, alle wieder, äh, wie gewohnt, äh, dort anzufinden, wir freuen uns auf jeden Fall drauf, Micha ist im, am Start, wird vorher schon, äh, ja, seine Twitter, äh, Runde, Community begrüßen, ja? Weiß ich nicht, ne, ob, ob ich's schaffe, um 18 Uhr zu dem, äh, Twitter-Treffen. Kündige es einfach an und du bist letztendlich nachher nicht da, da werden die Leute dich schon dann mal zur Seite nehmen. Ich hab das gar nicht organisiert, also es wurde, nee, nee, es wurde bei Twitter organisiert, ähm, und, äh, ich gehöre schlichtweg einfach zu dieser Bubble, zu dieser MSV-Bubble bei Twitter und, äh, deswegen, ähm, die Frage, 18 Uhr, ich bin mir nicht sicher, jetzt weiß ich sogar, im Moment muss ich gleich mal mit meinem, äh, Kartenspender sprechen, wie wir überhaupt nach Duisburg fahren morgen. So, und jetzt sehen wir es im Hintergrund, äh, jetzt haben wir den größten Teil, äh, ja, weil viel mehr gibt es ja auch gerade gar nicht zu besprechen. Wir haben die Transfers besprochen, die jetzt noch getätigt wurden, wir haben über das Niederrhein-Pokal gesprochen, äh, Spiel gesprochen, wir haben über die kommende Partie gesprochen, wir haben auch über die morgige Partie gesprochen. Und dann gibt's natürlich noch einen Punkt, äh, ja, da wollen wir exklusiv nochmal drauf zu sprechen kommen, denn am 17.09. veranstaltet die Zebraherde, äh, wieder ihr, es ist mittlerweile schon mehr als nur das jährliche Kneipenquiz, denn es hat ja bereits dieses Jahr eins stattgefunden, demnach sogar eine zweite Auflage. Mal wieder im Hafensturm in Homberg, also allein die Location, die kann ich euch allen wirklich nur ans Herz legen, wirklich beste Reihen, Sicht, Reihenüberblick, Sicht und, äh, darüber hinaus Essen, Trinken, alles vorhanden. Eintritt 5 Euro pro Person, ich glaube auch das ist noch irgendwie für den einen oder anderen machbar und ihr könnt Teams anmelden, von einer Teamgröße von 2 bis 4 Spieler, wir haben das getan, ich hoffe, das ist bei Matthias so demnach angekommen, er hatte das mir eigentlich auch so zugesagt schon, einmal Team Michael und einmal Team Stefan, wir sehen es auch hier, der Erlös geht an das Frauenhaus Duisburg GmbH, also in dem Fall eine weitere tolle Geschichte, Einlass ab 18 Uhr, Beginn, wie soll es anders sein, das wäre natürlich eigentlich auch mal so eine perfekte Uhrzeit für uns hier immer, aber das ist leider nicht machbar sonntags, 19.02 Uhr geht es los am Samstag, den 17.09. So sieht es aus, ich glaube schon mit, äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder, also auf jeden Fall mit einem der, ähm, mit Holger van Gersom gesprochen, liebe Grüße, ähm, einer der Gewinner von letzter Saison. Holger, super, super Typ. Und, äh, der ist nicht dabei. Oh, Holger. Aber er hat schon gesagt, dann könnt ihr wenigstens vielleicht gewinnen, weil er nicht dabei ist. Ja, so sieht es aus. Der wusste alles. Der wusste alles, rauf, runter, runter, rauf. Also Wahnsinn. Ja, äh, vielleicht nochmal zur Erklärung für den einen oder anderen, der sagt, höy, finde ich cool, kannte ich bis jetzt noch nicht oder habe noch nie was davon gehört. Ja, wie der Name schon hergibt, ein Kneipenquiz, also in der Location Hafensturm, wird es dann halt, äh, Teams geben. Ich glaube, es gibt irgendwann auch mal einen, ähm, Annahmestopp von den Teams, also deswegen sputen, sputen, sputen. Und dann einfach, äh, geschichtsträchtig über den MSV im Beisein seiner Liebsten dann halt gegen andere Teams antreten, mitmachen und vielleicht auch sogar das ein oder andere abstauben und gewinnen. Letztes Jahr war, wo ich da war, auch dann der Hoppy als, äh, Promi dort vor Ort. Äh, es war aber auch nachher, der ein oder andere wird sich erinnern, der Bayer zu Gast, also der hat sich dann mitten unter die Zuschauer gereiht. Regarde Bayitsch hat nämlich gewonnen. Die haben nämlich gewonnen. Und der Bayer war natürlich als Ehrenmitglied, war dort vor Ort, hat die Leute beglückwünscht. Also ihr seht, es ist auf jeden Fall einiges geboten. Wir beide werden da sein. Und jetzt wollen wir mal unsere Teams zumindest, wollen wir es schon komplett final machen? Oder willst du es anteasern? Vielleicht für eine weitere Woche? Ich würde sagen, wir ziehen jeder einen. Ja. Und wir schauen mal, ähm, ob wir noch einen dann brauchen oder nicht. Das entscheiden wir dann, äh, je nachdem, wie sich unsere Teams so entwickeln. Was hältst du davon? Gerne. Ähm, jetzt können wir es so machen. Ähm, es haben ja extrem viele Leute mitgemacht. Es gibt die Möglichkeit, ähm, dass wir sagen, wir machen den Draft aufgrund von, wir ziehen einfach aufgrund der Kommentare, aufgrund der Namen oder, oder, oder. Oder es gibt ja auch diesen, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, es gibt einen YouTube-Com... Nee, Stefan, mach dir noch einen schönen Sonntag. Hat man nicht gehört, oder? Schneide ich raus. Für den Podcast schneide ich es raus. Nein, es gibt ja diesen YouTube-Comment-Picker. Echt? Mhm. Das heißt... Wir picken selbst. Wir picken selbst. Okay, also nicht Zufallsprinzip, ja? Nein. Okay, okay. Dann lasse ich dir sogar den Vortritt, nachdem ich ihr vorgelegt habe, mit hier dem, äh, Alex Elskamp von unserem Älnerz... Ach, Älnerz sag ich schon. Ähm, Edeka Elskamp Zebra des Tages. Wie immer natürlich schönen Dank und schöne Grüße, Alex. Du bist das erste Mitglied. Und währenddessen hat der Klaus, also mein Ausbilder der ersten Zeit damals abgesagt. Er ist im Urlaub zu dieser Zeit. Wir wünschen ihm natürlich jetzt schon mal vorweg alles Gute und einen schönen Urlaub. Kann leider nicht daran teilnehmen. Deswegen muss ich mir mein zweites Mitglied jetzt nochmal neu überdenken. Ja. Und bei dir sieht's halt so aus, dass wahrscheinlich Nico Klotz dabei sein sollte. Und auf der anderen Seite, dass der Simon zugesagt hat, abgesagt hat, zugesagt hat, zugesagt hat, zugesagt hat, abgesagt hat. Ja. Jetzt wieder ab. Ja, genau. Könnte sich aber sekündlich auch bei ihm ändern. Also wir werden's beobachten. 00 Lamas ist wieder im Einsatz. Und dann kannst du jetzt einfach mal durchgehen und sagen, wie du dir das Ganze weiter vorstellst. Ja, es hat schon jemand im Chat geschrieben, er hätte schwören können, ich würde den Peter Kötzle fragen, ob er beim Quiz in mein Team kommen möchte. Ich weiß gar nicht, wer es war. Aber ich muss dir sagen, das stimmt. Die Idee gab es. Der Peter kann an dem Tag nur nicht. Deswegen ist Peter auf jeden Fall raus. Ich weiß auch noch nicht, was ich genau mit dem vierten Platz in meinem Team mache. Das lasse ich mal offen. Aber den dritten Platz, also den ersten Platz, kriegt Nico Klotz. Den zweiten nehme ich mir selbst, weil ich möchte ja auch ein bisschen dabei sein. Den dritten Platz kriegt von mir aufgrund, ich werde das nicht weiter erläutern. Ich hoffe, es ist okay für euch. Aufgrund einer nicht ganz so schönen Gemeinsamkeit, was die Familie betrifft und auch schon wirklich sehr netten Gesprächen, die wir hatten. Und seiner Bewerbung hier unter dem Video, mein Teilnehmer Nummer drei wird Nick Marvel sein. Herzlichen Glückwunsch, du bist dabei. Heia Busa, der Nick Marvel. Lecko funny, kann ich an dieser Stelle nur sagen. Und ich halte jetzt komplett dagegen, Michael. Ich gucke mir das gerade hier nochmal komplett an. Jetzt muss man, Punkt eins, nochmal einen Schritt zurück. Wir können natürlich nicht alle nehmen. Also das muss man jetzt auch mal fairerweise dazu sagen. Ich hoffe, wir übergehen hier keinen oder es fühlt sich keiner jetzt hier diskriminiert. Also das muss man ja immer fairerweise dazu sagen, weil wenn ich alleine hier sehe, der Marc Potzebra, der ist auch einer, der ist total wahnsinnig im positiven Sinne verrückt. Also der folgt uns überall, der schreibt uns, der wäre am liebsten hier mit Torka, glaube ich, Nummer eins. Und der hat auch wieder einen sensationellen Kommentar geschrieben. Aber ich will einfach nur damit mal zeigen, wie schwierig jetzt so eine Geschichte ist. Aber ich habe mir trotzdem Gedanken gemacht, denn ich versuche mein Team ja so zu gestalten, dass es a. vier Leute sind, b. dass wir definitiv dort was erreichen wollen als Team. Ja, ich lasse mich da nicht wieder mit dem letzten Platz abschlachten, diesmal nicht. Wir machen uns, also Grüße an mein Team, wir machen uns einen schönen Abend. Und ich tue was für unsere Frauenquote. Demnach nehme ich diesen Aufruf hier zu Herzen. Den nehme ich mir mal hier beiseite, weil mich so, so viele Leute angeschrieben haben. Und das hätten sie gar nicht tun müssen, denn die liebe Annette ist natürlich einer der ersten Zuschauer der Stunde hier. Und nicht nur, dass sie es deswegen qualifiziert, sondern sie ist natürlich auch fachmännisch 1 zu 1 ein weiterer Gewinn für mein Team. Deswegen ist mein Pick definitiv die Annette Kaminski. Gute Wahl. War bei mir Plan B. Wenn du mir Nick Marvel weggeschnappt hättest, hätte ich auf jeden Fall Annette genommen. Annette weiß viel. Annette ist wirklich eine supernette. Deishis Annette. Und deswegen sehr, sehr guter Pick, Stefan. Wie gesagt, bei mir hat es vor allem, ich weiß gar nicht, ob Nick so viel weiß, aber bei mir hat es einfach die Gründe gehabt, dass ich mich mit ihm gerne mal auch nochmal in Ruhe ein Bier trinken möchte. Und da habe ich die Situation tatsächlich jetzt mal gesehen. Oh, Annette freut sich. Ich glaube es nicht. Wie geil ist das denn? Schreibt Annette. Ja, herzlichen Glückwunsch, Annette. Als ob ich 10.000 Euro überwiesen hätte. Ja, geil. Ein Zunk. Also Info hier schon mal, Info an Annette und Info auch an den Nick. Wir werden danach selbstverständlich noch den Abend ausklingen lassen bei der ein oder anderen Hopfen-Kaltschale in einem Pottbolzer-Sommerabend. Und Drinking. Open End. Open End. Ich muss leider, falls mal wieder ein Samstag ist, ich muss natürlich Sonntag wieder arbeiten. Ja, aber du kriegst ja Kaffee am nächsten Morgen ans Bett gebracht. Von dir. Habe ich dir ja versprochen. Genau. Ja, ähm, du bist dran, glaube ich. Ich lasse doch einen offen. Ach so, du hattest jetzt Klotz. Mich selbst und Nick. Ach ja, du lässt einen offen. Haben wir nicht gesagt, wir wollen bis nächste Woche noch einen offen lassen? Genau. Haben wir gesagt, sorry, 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 an dieser Stelle mein Fehler. Ich hätte, ich hätte schon so eine Tendenz. Du für dich? Ja, ja. Das wäre nämlich sensationell, weil dann hätte ich so alle Felder abgedeckt. Generationsmäßig, oder was? Generationsmäßig, Frau, Mann, Mann, Frau. Ich hätte alles abgedeckt. Auch so, ja, der eine kommt so aus der näheren Umgebung, der andere etwas weiter weg. Also so auch anfahrtsmäßig so alles abgedeckt. Vielleicht auch noch mit ein bisschen Rückenwind. So der eine oder andere ruhig, der ja vielleicht auch seinen Partner mit. Also nicht, dass da vorgesagt werden soll oder so. Aber dann ist man vielleicht doppelt und dreifach motiviert. Schauen wir mal. Ich hatte tatsächlich auch eine, ganz weit vorne eine Idee. Und zwar ist das der Kai. Den kennst du auch. Mit dem Kai gehe ich seit Ewigkeiten, mit Kai und Janine zusammen ins Stadion. Und Kai ist wirklich wissend. Liebe Grüße an dieser Stelle, falls du uns zuguckst. Und das ist sehr lustig. Kai hat irgendwann mal seinem Sohn von uns erzählt. Und dann sagte der, ach, mit dem, Micha, gehst du mal ins Stadion? Die Sendung kenne ich. Also so klein ist die Welt. Liebe Grüße auch an dich. Also das hat leider nicht geklappt. Der Kai kann an dem Tag nicht. Lustige Anekdote jetzt aber, wo du es gerade angesprochen hast. Wo dich jemand angesprochen hat. Ich war heute auf dem Schützenfest in Duisburg-Binzheim. Und mein Sohn, der ist ja bekanntlich großer, großer Trommler und Fan. Ist dein Sohn auch Laila-Fan? Komm, dann packe ich noch eine zweite Geschichte jetzt oben drauf. Denn die haben immer Hindernisse aufgebaut bei diesem Schützenfest. Also die marschieren. Und dann müssen von den Grenadieren, von den Sapeuren, müssen Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, die die Bauern oder die die Höfe im Vorfeld aufgestellt haben. Und da müssen die dann halt anpacken. Und eins dieser Hindernisse war ganz lustig. Ich habe auch ein Video davon gemacht. Da musst du dir dieses typische Schützenfest-Publikum auch am Rande einfach mal vorstellen. Da ist die Oma, da ist der Opa, da ist die ganze Verwandtschaft. Und auf einmal wird da volle Pulle Laila gespielt. Also fand ich erstens sensationell. Habe ich auch ein Video davon gemacht. Richtig geil. Und die zweite Geschichte, die ich aber zunächst erzählen wollte, war, da fahren wir mit dem Fahrrad neben der Kutsche, wo der König drin sitzt. Und dann ruft einer, ey Stefan! Ich so, guck, hä? Da spricht mich dann der König an. Deswegen also schöne Grüße an den König von Duisburg-Binzheim. Wir müssen mal die Pferde der Kutsche gegen Zebras tauschen. Und dann dachte ich, jo, alles klar. Ein Hörer. Weiß ich Bescheid. Ein Hörer aus der ersten Stunde. Nein, also meine vierte Wahl wäre, ich löse jetzt einfach auch mal auf, er muss sich aber erst bewerben. Der MSV Christoph, unser Kollege, der aus dem Emsland jedes Heimspiel zum MSV seit vielen, vielen Jahren. Haben wir letztes Mal auch wieder getroffen. Er haben wir getroffen, meistens mit seiner Freundin dort ist. Das wäre im Optimalfall mein vierter Mann oder meine vierte Person. Und jetzt schneide ich an, halte ich fest, nachdem ich es hier einmal vergessen habe und du es letzte Woche reingebracht hast. Ich weiß, ich weiß, beginn 18 Uhr, ich weiß, Anfang 19 Uhr 2, aber ja vielleicht machbar, zumindest bis 20 Uhr, mein Maskottchen für den Abend an dem Samstag wäre Jannis mit Papa. Die würde ich dann noch auf eine Cola oder auf einen O-Saft einladen. Fanta, würde ich sagen. Fanta, genau. Liebe Leute, genau, keine Cola. Fanta, liebe Leute, Jannis und Papa, wenn ihr das hört, dann seid ihr von mir eingeladen. Und dann hätte ich sogar Micha Fans plus Maskottchen. Bin ich gut aufgestellt, ne? Okay, ich sehe schon, ich muss nochmal den Ralf anrufen. Der hat ja Transfers gut drauf, wie man jetzt weiß, dass der mir bei meinen Transfers nochmal hilft. Ich glaube, ich bin auch gut aufgestellt. Allerdings fehlt mir noch eine Nummer vier. Da gehe ich nochmal in mich und werde nochmal gucken, wer es denn so wird. Ich bin heute übrigens angewunken worden bei Facebook, Stefan, von einem ehemaligen Duisburger Spieler mit Mo Idrisou. Den werde ich aber nicht fragen. Das wäre aber vielleicht mal jemand, den man mal für unser möglicherweise, du hast es ja hervorragend gemacht mit dem Olaf-Zimmer, für unsere weiteren Podcast-Folgen mal, also wirklich nur die reinen Podcast-Folgen. Reinen akustisch, ja. Ja, das wäre vielleicht mal wieder was. Denn es ist sensationell angekommen, Micha. Ich habe es mir im Nachgang auch nochmal dann halt final komplett angehört und auch die Zahlen aufgerufen. Also die Zuschauer, die lächzen nach mehr. Ja, können wir ja mal mitnehmen, diesen Gedankengang, dass wir da in Zukunft noch öfter zumindest akustisch weitere Podcasts rausbringen, die dann zumindest für die Leute unter der Woche zu hören sind. Ja, du brauchst ja bei so einem Gespräch, brauchst ja nicht unbedingt live dabei zu sein. Da geht es ja dann eher darum, was der so Interessantes dann von sich gibt. Und das Gespräch kann man sich dann auch super anhören, muss man nicht unbedingt sehen. Deswegen hast du vollkommen recht. Da können wir wunderbar so ein paar Spotify-iTunes-Folgen machen. Genau, und bevor die meisten jetzt nämlich hier, es werden gerade traditionell ein paar Leute weniger, weil viele dann sagen, okay, die Geschichte mit dem Trikot, mit dem Kneipenquiz habt ihr jetzt 20 Mal gesagt und wiederholt. Oder aber auch mit Kicktipp. Ich möchte es einfach nur der Folge halber nach mal einfach vorgelesen haben, damit was gemacht haben, weil auch dort sollen die Leute, die ja oben dabei sind, nicht jetzt untergehen. Während ihr auf der anderen Seite nochmal die MSV-Trikotaktion im Hintergrund seht. Also auf Platz 10 derzeit der Sascha Kleinpass, Little Pass. Das wäre auch einer gewesen. Sascha, nehmt es mir nicht krumm. Es ist extrem schwierig, hier die Leute rauszuziehen. Vielleicht habe ich noch eine Möglichkeit. Gucken wir mal. Ansonsten, hey, alle, die da draußen sich angesprochen fühlen, ihr könnt ja auch eigene Teams stellen. Also es ist ja nicht so, dass ihr zwangsläufig nicht bei uns dabei sein könnt an diesem Abend, sondern ihr müsst einfach nur ein eigenes Team stellen. Der Dane of Neun, der Zebrahimović, der Tobi, der übrigens morgen auch da sein wird. Er ist mal wieder aus München. Ja, ich habe ihm gesagt, wo du sitzt. Genau, hat mich auch angeschrieben. Also zur Erinnerung, der Gewinner der Kicktipp-Runde des letzten Jahres. Zebrahimović. Zebrahimović, der Tobi aus München. Und mit ihm haben wir vereinbart, da müssen wir das jetzt demnächst mal terminieren, müssen wir dingfest machen, wann wir mit ihm und dem Peter da wirklich zum einen der nächsten Heimspiele gehen, um das jetzt wirklich zu vollenden. Zeit, Zeit, lang ist her. Dann haben wir den Rico auf 7, den Grandmaster auf 6, den Dustin auf 5, die oder der oder das, Molly 2016 auf 4, Joe auf 3, Buchholzer, der Buchholzer, der ist auch ein Wahnsinns-Typ, 69 auf 2, der ist immer oben dabei, 16 Spieltagspunkte, hat ein wenig aufgeschlossen, auf den Spitzenreiter, den MS Volker, MS Volker auf 1. Währenddessen hier schon wieder irgendwelche sexistischen Chats oder Bots im Chat auftauchen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So groß und so bekannt sind wir mittlerweile. Demnach könnt ihr alle da draußen noch ein paar Likes da lassen. Und dann würde ich sagen, Micha, heute mal ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger, jetzt sind wir fast bei einer Stunde, ging aber flüssig runter, wie ich finde. Und ja, dann kann man eigentlich nur auf morgen verweisen, denn morgen ist Spieltag. Ja, ich habe zum Thema Tippspiel, ich habe gerade nochmal reingeguckt, weil ich über die Nachbarschaft bei Alle gegen Pistor mitmachen, kennst du das? Ja, klar. WDR 2, bin ich knapp am Spieltagssieg vorbeigeschrammt, dann hätte ich ein Trikot bekommen, ein Frankfurt-Trikot besorgt, weil es leider nur Erstliga-Trikots gibt. Stefan, es sind 100.000, um genau zu sein, 98.993 Plätze, da sind viele geteilte Plätze dabei, circa 160.000 Leute, die da mitmachen. Was glaubst du, auf welchen Platz ich stehe nach vier Spieltagen? Bundesliga, ne? Erste Liga, Tippspiel, 160.000 Teilnehmer. Ja, wenn du es schon so aktiv ansprichst, würde ich sagen, entweder 160.000. Im 293.000, tatsächlich. Wahnsinn. Also, wow. Oder? Wow. Kann man mal machen. Und der Pistor selber? Deutlich hinter mir. Okay. Ich sehe hier nur, dass ich vor Sven Pistor stehe. Übrigens, Nick Marvel ist gerade in den Chat gekommen. Liebe Grüße, bin jetzt erst online, wofür die Glückwünsche? Die Glückwünsche, Nick Marvel gehen an dich, weil du in Team Micha bist beim, äh, beim, äh, wie heißt's? Kneipen-Quiz von der Zebraherde am 17.09. So sieht's aus. Herzlichen Glückwunsch, du bist dabei. Du gewinnst ein Auto. Wenn du alle Fragen richtig beantwortest, schenkt dir der Stefan ein Auto. Genau. Und demnach sind wir jetzt an dieser Stelle auch durch. Ich glaube, wir haben alles so abgehandelt. Alle Themen, die es über der Woche hinaus so gab, äh, war ganz flüssig, war ganz informativ, denke ich mal. Und ging halt auch diesmal ein bisschen leichter herunter, weil wir nicht so emotionalisiert waren, aufgrund, ja, dass der MSV erst morgen im großen Heimspiel gegen Oldenburg spielt. Wie gesagt, bin mit einem Kumpel, der, äh, jetzt lange, lange Zeit nicht dabei war, mal wieder vor Ort, äh. Ach so, gar nicht mit deinem Stammkumpel? Nee, der hat kurzfristig jetzt gerade abgesagt. Der hat abgesagt. Weil seiner Frau eingefallen ist, dass sie arbeiten muss, was sie vorher nicht wusste. Also, weiß sie erst seit gerade. Und demnach, ähm, ja, werde ich dort im Haupttribünenbereich anzufinden sein. Äh, freue mich extrem darauf, äh, weil ich gemerkt habe, ja, die Kritik an dem Montagabendspiel, die ist, äh, vorhanden. Auch zum Teil zu Recht natürlich. Ich freue mich aber trotzdem, dass die Woche dann mit einem Heimspiel, äh, gerade noch im Sommer montagsabends beginnt. Und, äh, freue mich dann hoffentlich auf drei weitere Punkte und wir dann zumindest mal einfach nur fürs Gefühl, ohne Ambition, ohne zu überheben oder zu überdrehen und überheblich zu werden. Denn auch diese Kritik kommt von der einen oder anderen Seite leicht auf. Wobei ich gar nicht weiß, woher die überhaupt kommt, weil keiner der Beteiligten in Duisburg und auch das ganze Umfeld sagt irgendwie was von, ey, wir sind eine geile Nummer. Sondern jeder macht und sagt, ey, bleibt mal alle auf dem Teppich. Das kommt eher aus anderen Fanlagern, dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte. Von daher hoffe ich einfach auf drei weitere Punkte. Und dann ist es einfach so, wirklich, dass ich mit einem guten Gefühl in die Nacht starte. Von daher genau das gleiche heute Abend. Liebe Leute, es war wie immer ein Fest. Hinterlasst noch ein Like, einen Kommentar, ihr kennt das Spiel. Folgt uns bei Instagram und so weiter. Und dann würde ich sagen, Michael, wie immer, vielen, vielen Dank. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Da wird es dann bekanntlich schon heißer hergehen. Denn dann haben wir nicht nur gegen Oldenburg, sondern wir haben auch gegen 1860 bereits gespielt. Dann am Samstag in München. Also auch wenn ihr dort zu Gange seid, viel, viel Spaß. Passt auf euch auf. Ist mit Sicherheit dann Reise wert, wenn es zum Spiel 1. gegen 3. kommen sollte. Und von daher, wie immer, vielen, vielen Dank. Kommt gut durch die Woche. Passt auf euch auf. Nur der MSV, morgen Abend, drei Punkte. Ciao. Ja, du hast gesagt, 1. gegen 3. ist möglich. Dazu passend hatten wir am Anfang dieser Sendung reingestellt die Frage. Sprung auf Platz 3, Fragezeichen. 87% sagen ja. 13% sind eher skeptisch. Das war auch mal anders. Das war auch mal anders beim MSV. Die Stimmung ist gut. Keiner von uns beiden, Stefan, da hast du vollkommen recht, glaubt, dass wir hier irgendwie aufsteigen oder sowas. Wir würden das selbstverständlich nehmen und nicht ablehnen. Aber keiner redet davon. Jeder Sieg des MSV ist einer für die Stabilisierung nach zwei schrecklichen Jahren. So sehe ich das. Und in diesem Sinne holen wir uns morgen einen stabilen Sieg. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao. Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsklub. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017